Hallo, in diesem kurzen Praxistipp zu Excel möchte ich zeigen, wie einfach es sein kann, den Projektstatus, den Aufgabenstatus in einer Excel-Tabelle visuell im Blick zu behalten. Sie können sich gerne diese Beispieldatei auf meiner Webseite herunterladen. Wir haben vorne Pseudo-Aufgabennamen, die Aufgaben haben ein Startdatum und ein Fälligkeitsdatum. Aus diesen beiden Daten berechnet man zunächst mal den aktuellen Status, ob die Aufgabe überfällig ist, ob sie in Bearbeitung ist oder vielleicht noch nicht begonnen. Dann möchte ich gern, dass immer automatisch vom jeweiligen Status eine gewisse Farbgebung für überfällig in Bearbeitung und nicht begonnen angewandt wird, sodass man also mit einem Blick sofort erkennen kann, wie ist Stand der Dinge, zum Beispiel bei meinen Projektaufgaben. Die Formel für die Berechnung des aktuellen Status sieht so aus. Das ist eine verschachtelte Wenn-Funktion. Mithilfe dieser verschachtelten Wenn-Funktion prüfe ich, was im Startdatum drinsteht, was im Fälligkeitsdatum drinsteht und abhängig davon ist eben ein Status überfällig, in Bearbeitung oder nicht begonnen. Die genaue Formel können Sie in der Beispieldatei anschauen. Heute geht es eigentlich darum zu zeigen, wie ich dann mit diesem Status und der bedingten Formatierung in Excel ganz einfach und ohne mein weiteres Zutun diese Farbkennzeichnung vornehmen kann. Dazu markiert man den Datenbereich, den man bedingt formatieren möchte, geht über das Register Start, zur Gruppe Formatvorlagen und dem Befehl bedingte Formatierung. Hier wählen Sie neue Regel, und zwar eine Regel, die aufgrund einer Formel die Werte ermittelt. Ich zeige Ihnen über Regel verwalten, wie aktuell diese bedingte Formatierung zu der Farbgebung, die man hier erkennen kann, führt. Es sind drei unterschiedliche bedingte Formatierungsregeln, wenn ich drei Farben haben will. Wenn Sie beispielsweise nur die überfälligen Datumswerte hervorheben möchten, dann geben Sie nur eine bedingte Formatierungsregel ein. Sie prüfen also hier mit einer Formel in der bedingten Formatierung, ich gehe mal in Regel bearbeiten, ob in meinem Beispiel der Wert in der Zelle D2 dem Wert nicht begonnen entspricht. Dabei ist darauf zu achten, in einer bedingten Formatierung, wenn Sie eine Zelle anklicken, wird diese Zelle immer als absoluter Bezug definiert. Das müssen Sie hier an dem Beispiel ändern. Der absolute Bezug, also das Dollarzeichen vor der Zeile 2 muss weg. Ansonsten wird alles, oder wird in jeder markierten Zelle immer genau exakt die Zelle D2 geprüft. Und das soll ja nicht der Fall sein, sondern Sie möchten ja die Zelle D2, dann die Zelle D3, D4, D5 und so weiter prüfen. Deshalb muss der absolute Bezug vor der Zeilennummer weg. Dann wählen Sie über Formatieren die Farbgebung aus, bestätigen mit OK, bestätigen dieses Dialogbild nochmal und OK. und schon ist die bedingte Formatierung auf Ihre Werte angewandt. Und wenn sich die Werte jetzt verändern, ich ändere beispielsweise hier mal den Startwert, nicht auf den 1.7., sondern auf den 1.3. und damit bekommt die Aufgabe 4 ja einen anderen Status, nämlich in Bearbeitung. Das wird automatisch berechnet und aufgrund des aktuell in dieser Zelle D5 stehenden Wertes in Bearbeitung wirkt dann die bedingte Formatierung. Ich hoffe, diese Erklärung hilft Ihnen weiter, sich so einen Projektstatus, Aufgabenstatus, super einfach selbst in Excel zu gestalten. Laden Sie sich meine Übungsdatei herunter und ich würde mich super freuen, wenn Sie mir dazu ein Feedback geben, ob das hilfreich für Sie war, wenn Sie Fragen dazu haben oder welche anderen praktischen Beispiele Sie gerne von mir umgesetzt hätten. Ich freue mich schon drauf.